Willkommen zu einem neuen Video von dem Teile-Kanal, naja, die Beantwortung eine Frage, dass du mich verlassen hast, wie viel sie zirkulieren mit Mayonnaise im Ausdehnungsgefäß? Wissen Sie, Mayonnaise, das Öl mit Frostschutzflüssigkeit, naja, nichts gemischt ist, die Antwort ist nichts, sobald Sie sehen, dass sich Öl im Ausdehnungsgefäß befindet, auch wenn es nur eine kleine Menge ist, halten Sie das Fahrzeug an und nehmen es mit einem Kran, bewegen Sie es nicht, Sie bringen es mit dem Kran in Ihre Werkstatt. Vertrauen. Um herauszufinden, woher das Öl kommt, was ist der Fehler? Denn es könnte ein einfacher Fehler des Ölwässerkühlers sein, dass dies am Ende ein Fehler sein kann, der am Ende ein paar hundert Euro sein kann, wie es ist wäre der Kühler, mehr Reinigung des Systems, denn was passiert ist, das am Ende. Wenn diese Paste, diese Mayonnaise hergestellt wird, dies dazu führt, dass der Motor nicht abkühlt. Der Kühler und so weiter und so weiter verstopft Hunderte. Von Euro können schon zu mehr als tausend führen Euro, wenn wir über die Zylinderkopfdichtung sprechen, kann der Motor nicht abkühlen und der Zylinderkopf kann sich verformen und wenn der Zylinderkopf verformt ist, reden. Wir schon über viel mehr Geld, noch etwas anderes, dass früher oder später das Öl, nur wenn es sich im Ausdehnungsgefäß mit dem Wasser vermischt und früher oder später das Kurbelgehäuse erreicht, kommt. Das Kurbelgehäuse an und durch die Ölpumpe sorgt es es an und was es tut, ist, dass der Motor flutet, weil der Motor braucht Öl, um sich selbst zu schmieren und wenn er Wasser hat, kann er diese Funktion nicht ausführen und er wird schreien und wenn er sich Grippe ansteckt, sprechen wir bereits von einem kompletten Motor und sprechen bereits von mehreren tausend Euro, das Fahrzeug viele manchmal lohnt es sich nicht mehr, es zu reparieren und es kann auf dem Schrottplatz landen, wie gesagt eine Panne, die einige hundert Euro betragen kann, manchmal können ein paar hundert Euro zu einer sehr teuren Panne werden, naja, hier ist das Video, wenn es nützlich war, vergessen Sie nicht, es zu mögen und zu abonnieren Elkanal